Zur Beschreibung dieser Ausstellung des Fotografen Henri Cartier-Bresson genügen einige wenige Worte, die er einmal notiert hat. Für mich ist der Fotoapparat ein Skizzenbuch, ein Instrument der Intuition und der Spontanität. Henri Cartier-Bresson ist im August 1908 in Chanteloup geboren. Der Ort liegt in einem Teil Frankreichs, der für seine Sonnenuntergänge berühmt ist und wo das Licht sich je nach Tageszeit in vielen Variationen zeigt. Henri studiert Malerei, verliebt sich aber sehr bald in die Fotografie. Er arbeitet in den Straßen mit einem Apparat auf einem dreibeinigen Stativ, den ihm die Eltern zum Geburtstag geschenkt haben. Er studiert auch das Kino und ist beim Film tätig. Vor allem aber interessiert es ihn, Ereignisse festzuhalten, Personen und Objekte. Cartier-Bresson tut dies in allen Straßen der Welt. Fotografieren, sagt er, heißt den Atem anhalten, wenn alle Sinne sich auf einen Punkt konzentrieren, um eine flüchtige momentane Wirklichkeit festzuhalten. Um der Welt Bedeutung zu geben, ist es notwendig, sich von dem, was man in seinem Sucher findet, betroffen zu fühlen. Auf dieser Aufnahme vom Ufer der Marne aus dem Jahr 1938 zeigt sich deutlich das Genie Cartier-Bressons. Auf den ersten Blick sieht man nur ein Sonntagsfest am Ufer. Doch dann erkennt man, dass dieses Bild ganz Frankreich darstellt. Es gelingt dem Künstler oft, über eine Person, ein Objekt, eine ganze Nation zu repräsentieren. Cartier-Bresson ist trotz seiner Virtuosität kein kalkulierender Techniker. Man kann ihn vielmehr als Poeten, als Bildhauer des Lichtes bezeichnen. Die Kamera steht nur für den allerletzten Schritt der Vollendung. Seine herausragendste Eigenschaft ist wohl die Geduld und Reaktionsfähigkeit, mit der er den richtigen Moment für die Aufnahme abwartet. Jedes Bild Cartier-Bressons ist bereits im Sucher fertig komponiert. Keines wird im Labor geschnitten oder retuschiert. Auch unterscheidet er sich von anderen Fotografen dadurch, dass er niemals mit dem Objektiv gewalttätig wird. Er tritt immer als unauffälliger Beobachter auf, der im Augenblick des Auslösens quasi um Verzeihung für den Raub des Bildes zu bitten scheint. Auch die Tatsache, dass Cartier-Bresson eine ganz einfache Kamera verwendet, beweist den Vorrang des Geistes der Empfindung vor der Technik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dieses Bild eines sehr berühmten Raumes tat Poesie und Unbefangenheit. Das Licht, das so schön durch das Fenster fällt, ist nicht manipuliert worden. Die Aufnahme beschreibt nur die Größe des Malers Matisse, um dessen Zimmer es sich hier handelt. Neben den Arbeiten für sich selbst ist Cartier-Bresson vor allem durch die Gründung der Fotoagentur Magnum und seine ergreifenden Aufnahmen für die führenden Zeitschriften der Welt berühmt geworden. Fotografieren, sagt er, heißt den Kopf, das Auge und das Herz in eine Linie bringen. Es ist eine Art zu schreien, sich selbst zu befreien und es ist sicher eine Art zu leben.